Morker! Mring es! Morker südlich von Abfahrt 104 gesichtet. Laget sie fest. Verstärkung ist bereits zu euch unterwegs. Ich kann hier nicht hochlaufen um da irgendwie Deckung zu gehen. Gleich mal kurz hier. Power. So. Der nächste. Der nächste. Der nächste. Lass mich doch deinen Kopf treffen. Arrrr. Okay, ich nehme jetzt auch schon seit fast drei Stunden auf. So langsam merke ich es. Jetzt muss ich niesen. Morker südlich von Abfahrt 104 gesichtet. Target sie fest. Verstärkung ist bereits zu euch unterwegs. So. Sorry, ich habe kurz genießt. Ähm. Aua. Warum waren die alle auf einmal hinter mir? Ist nicht cool. Ich glaube jetzt erst mal hier oben. Ich schalte erst mal von hier unten ein, zwei Leute aus. Aber nicht. Einen Platz? Ja. Ich Corey, mein Laboratory, ich würde den bei mir zweifeln lassen. Stopp! Ich bin hier mit dir! Ich habe doch gerade neben mich gesprungen, was für die Angriffe war und so würde ich mich jetzt identifizieren. Also habe ich doch schon gehört, dass ich... Ihr wisst, wer ich bin. Arschlöcher. Bearschen kann ich mich selber. Rocker, schrittlich von Abfahrt 104 gesichtet. Traget sie fest. Verstärkung ist bereits zu euch unterwegs. Komm, geh weg. Halle um. Die will ich auch mal treffen. Perfekt. Die habe ich auch. 200 Schwachbunk-Kills mittlerweile. Die will ich auch noch. Die will ich auch wieder tun. Du bist ein Meisterschütze hier. Ich kann mal einfach dich anders sagen. Du bist schon Profi. So, wo sind die? Da. So. Hi, Heli. Das wird nicht passieren, dass du weit von mir wegkommst. Ich muss weiter weg hiervon. Dich hab ich. Dich hab ich. Auf Wiedersehen. Kenner. Kontakt zum Eindämmungsteam verloren. Die Gefangene muss in einer der Seitenhöhlen verschwunden sein. Rufschrauber neu formieren und einkreisen. Over. Helikopter 2 vor Ort. Feuer bereit. So. Vorne mal ein Hedi, der gerade eben geballert hat. Neh mich an. Komm schon. Aua. Okay. Dann mal los. Werde beschossen. Werde beschossen. So. Das war aber ein langer Kampf. Ja, ja. Ganz schrecklich. Blödes Eis. So. Mein Freund, wo bist du? Sofort anheizt. Du hast die erste Feuer. Idioten. Das riefst hier gar nichts. PC 13 ist erledigt. PC 13 ist erledigt. Ich riefst hier nichts. Das riefst hier. Oh, man. Was ist denn hier? Ich riefst hier. Okay. Keine Ahnung. So, du bist weg. Du kannst mal aufhören hier rumzufliegen. Das nervt. So, wie man diese komischen Geräusche macht. Ach, was sind die Liegenden hier? Okay, ich glaube, ich muss mal da hoch einem Typen aufs Maul geben. So. Perfekt. Ich würde hier gerne mal ein Geschütz umprogrammieren. Okay. Okay. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Arschloch seiner scheiß Milligunder Ich glaube, jetzt sind nur noch so Minigun-Fuzzis hauptsächlich da So, weg mit dir Oh Oh So Oh 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 Komm, stirb. Nie mach. weg mit dir geht doch ich hole mal kurz sie irgendwo wo lichts da lichts das teil und einen würd ich dann gerne noch im nahkampf töten dankeschön ich krieg dich ich krieg dich verdammt nochmal wow jetzt Ja, komm, Süße. Was meinst du? Suchen wir einen Weg hier raus? Bleib lieber zurück. Miststück. Ich hab keine Angst vor Junkies. Was war das alles? Halt die Schnauze. Ich hätte nicht gleich erledigen sollen. Na? Brent ist tot. Ich hab ihn nicht getötet. Du warst es. Hast du das gesehen, Brent? Brent? Ich werde das gerade rücken. Ich hab ihn nicht getötet. 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 Wir haben die Gefangenen, BAM. Das Ziel wurde ausgeschaltet. Over. Gut. Sie ist soweit. Okay, ich denke, das war Infamous First Light. Die Vorgeschichte, wie wir sie kennen. Ich glaube, jetzt sind wir am Anfang des Hauptspiels. Ich bin der Vorgeschichte, wie wir sie sehen. Oh mein Gott Das war echt cool Und es war nochmal richtig cool Wieder in diese Welt abzutauchen Wieder mit diesen Superkräften zu spielen Ich hoffe euch hat es auch wirklich Spaß gemacht Ich hatte auf jeden Fall jede Menge Spaß Ja, freut mich Dass ihr dabei wart Und bis zum nächsten Mal Ich warte Gassi Ciao Ich warte Gassi 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017